Hallo Freunde draußen an den Bildschirmen. Ich bin immer versucht zu sagen, Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten, wie ich es im Podcast mache, aber das hier ist ja ein YouTube-Kanal. Willkommen zu einem neuen Video, diesmal aus einem speziellen Anlass. Und aus dem Grund mache ich auch etwas, wo ich vorher gesagt habe, ich mache es nicht, nämlich, dass ich die Podcasts, den Fantasticon-Podcast zum Beispiel hier auf YouTube einfach so einstelle, nonchalant. Weil das meiner Meinung nach irgendwie nicht funktioniert. Und das ist auch der Grund, warum es diesen YouTube-Kanal gibt. Damit will ich nämlich den Podcast begleiten, denn im Podcast selber, der übrigens Sonntag, Mittwoch und Freitag je eine Episode bringt, da bin ich konzentriert auf dieses Thema, auf das Thema, um das es geht. Und hier im YouTube-Video kann ich ein bisschen so das Geschehen außenrum beleuchten oder kann auch ein bisschen freier von der Leber wegreden und vor allem kann ich euch Bücher zeigen. Das ist der Grund. Wenn euch die Idee gefällt, dann abonniert bitte und liked dieses Video, denn ich habe mir mal vorgenommen, so zehn Videos zu machen, um dann zu entscheiden, ob das hier auf YouTube für mich überhaupt einen Sinn macht oder nicht. Das liegt also an euch. Wenn ihr mehr davon sehen wollt oder sehen wollt, wie das Ganze wächst, dann abonniert das Ganze. Das ist ein Zeichen für mich, dass ihr Interesse daran habt, dass das Ganze weiterläuft und nicht nur einfach so ein Versuch war, wie es im Moment ja für mich noch ein Versuch ist. Jetzt kommen wir mal zum Thema. Am 21. September wurde Stephen King 75 Jahre alt. Stephen King begleitet mich schon sehr, sehr lange und im Phantastikon-Podcast haben wir eine spezielle Rubrik, die lautet oder heißt das Stephen-King-Multiversum. Und von Carrie angefangen, also von dem 1974er-Debüt bis in unsere heutigen Tage, lese ich die Romane noch einmal, bring die Geschichten in den Kontext, erzähle was zur Entstehung der einzelnen Romane. Also es geht hier um Stephen King und seine Welt ganz allgemein. Wer sich dafür interessiert, ihr könnt die Artikel auch auf unserem Weblog nachlesen. Die Artikel folgen in dem Fall, folgen sozusagen dem, was im Podcast auch besprochen wird. Jetzt ist es so, also wir haben hier zuerst mal, na klar, in diesem Jahr kam Fairytale raus. Das ist der neueste und aktuellste Roman von Stephen King. Dazu werde ich im Podcast natürlich auch noch was sagen. Ich habe ihn gerade zur Hälfte gelesen. Ich bin dabei, ihn zu lesen und wird natürlich in unserem Stephen-King-Multiversum auch auftauchen als Besprechung. Und was ich wirklich sagen muss, also diejenigen, die dem Podcast folgen, die wissen ja, dass ich ziemlich viel rumnörgle, vor allem an Heine rumnörgle. Ich muss aber wirklich sagen, die letzten Jahre und vor allem die letzten Ausgaben hat sich Heine wirklich Mühe gegeben, die Titel auch so zu belassen. Fairytale heißt Fairytale, das war bei Billy Summers schon so. Billy Summers heißt Billy Summers, Later heißt Später. Und bei Blutige Nachrichten, If It Bleeds heißt im Original, bin ich auch mit der Übersetzung vollkommen zufrieden, im Gegensatz zu früher. Des Weiteren sind die Bücher wirklich wertig. Also mir gefällt erstens mal die neue Aufmachung von diesen Editionen. Und es ist wirklich, das Papier ist großartig, die Letter ist super. Ich muss hier wirklich auch meine Lanze brechen. Die neuen Ausgaben von Stephen King, die gefallen mir sehr, sehr gut. Und ich würde mir fast schon wünschen, eine Komplettausgabe in dieser Edition zu haben. Vielleicht bekommen wir irgendwann mal so etwas Ähnliches. Das kann ja sein. Im Moment ist es natürlich noch Kraut und Rüben, wobei die letzten Jahre bei Heine sehr konstant sind und vor allem sehr wertig. Beim neuen Fairytale-Roman, der ist natürlich wieder ganz speziell und darauf will ich jetzt auch überhaupt nicht eingehen. Vor allem nicht, bevor ich ihn nicht fertig gelesen habe. Aber es ist wieder der typische Stephen King-Ton, wobei es in zwei Hälften sich einteilt. Der erste Teil geht wiederum wie ein Kind, also ein Jugendlicher, ein Junge, sich so mit einem älteren, weisen Mann anfreundet, könnte man schon sagen, der ihn dann sozusagen in etwas einweiht. Und worum es dann im zweiten Teil des Buches geht, um dieses Feenland, Märchenland eben. Und King ist ja sowieso ein Meister der Metafiktion. Und so finden sich hier unfassbare viele Referenzen, abgesehen davon, dass Kings Märchenland ein dystopisches Märchenland ist. Aber wir finden hier wieder unfassbare viele Referenzen. Und im Endeffekt kann man sagen, das ist Portal-Fantasy. Aber wie gesagt, es geht jetzt nicht um die Besprechung dieses Buches. Ich wollte nur darauf hinweisen, in dem Jahr, in dem Stephen King 75 wurde, haben wir ein neues, wunderbares Buch von ihm. Nochmal eine Ausgabe von Heine. Wie gesagt, am 21. Dezember wurde er 75. Und am 14. September bereits hat sich Heine dazu ermuntert, eine Luxus-Ausgabe vom Klassiker Es rauszubringen. Den habe ich mir hier organisiert und den wollte ich euch natürlich auch zeigen. Ich finde es gut. Es ist natürlich nicht besonders billig, aber in Amerika läuft es ja schon lange so. Da gibt es Spezialeditionen von allen möglichen Büchern und Autoren, sodass sich der geneigte Fan sein Lieblingsbuch, seinen Lieblingsroman oder auch seine ganze Lieblingsserie in einer Sonderedition oder in verschiedenen Editionen ins Regal stellen kann. Bei uns waren das eher so Verlage wie Festa oder Buchheim, die den Fans sozusagen wertigere Kost, auch wertigere Buchkost gaben. Und mittlerweile springen jetzt langsam die Publikumsverlage auf, wie Heine, Random House eben, die ja eigentlich hauptsächlich Taschenbücher rausbringen. Und ich glaube, die Marktstrategie von Random House ist es natürlich, günstig produzieren und dann verkaufen und möglichst viele Leute zu erreichen. Aber jetzt ist es doch so, dass wir hier wunderschön diesen Schuber haben und wirklich dieses schön aufgemachte Buch, dieses wertige Buch. Hier, ja, schön, wirklich wertig. Sieht man jetzt nicht. Jetzt hole ich es mal raus aus dem Schuber. Also wirklich toll auch erstens mal hier schon, dass das Cover Pennywise hinter diesem Gullideckel ist. Dann holt man es raus, der Schuber hier. Ja, es sieht gut aus jetzt natürlich, dass das Licht noch reinscheint. Dann haben wir hier das Cover. Background schön in rot. Schönes rot auch. Auch die Seiten. Buchblock ist rot eingefärbt. Wir haben hier, es kommt noch mal innen vor, schöne Illustrationen von Max Löffler. Der ein freier Autor ist, ein freier Illustrator, der eine schöne Website hat. Da könnt ihr auch mal gucken. Der hat für sehr viele namhafte Firmen schon gearbeitet, Plattencover gemacht. Und auf seiner Seite sieht das alles richtig gut aus. Und ein bisschen retromäßig. Also es heißt auf Deutsch richtig gut. Hier, was in dem Buch noch dabei ist, so die Gimmicks natürlich. Das ist was für Fans. Die Derry News. Die sind auf beiden Seiten gleich. Also man hat die andere Seite nicht weiß gelassen. Und was ich eben schön finde, ist, das ist ein kleiner Gimmick natürlich, wirklich schön im Zeitungsformat. Und dass diese Sachen tatsächlich auch alle im Buch vorkommen. Hier, Vermisster Junge gibt Anlass zu neuen Befürchtungen. Und dann kann man sich die Artikel auch wirklich durchlesen. Das finde ich schön. Und ja, das Buch ist sowieso wertig. Also das ist, wir haben hier den schönen Buchblock und halt immer wieder die Zeichnungen. Das haben wir als auch Karte. Als Karte habe ich euch ja gerade gezeigt. Und die Seiten sind dünn, aber wertiges Papier, so wie es früher eben war. Früher hat man die Seiten eher dünner gehalten, gerade bei dickeren Büchern, aber dafür wirklich völlig wertig. Riecht auch gut. Riecht so, wie alte Bücher gerochen haben früher. Also es ist wirklich, ich bin sehr begeistert. Hier haben wir nochmal ein Bild. So, und es ist schön, dass wir hier in Deutschland jetzt auch solche Luxusausgaben hoffentlich bekommen. Da hat sich Heine wirklich was einfallen lassen. Mich hat das beglückt. Und ich bin ja ein sehr kritischer Mensch. Und ich kann jetzt zum Beispiel hier die Kritik am dünnen Papier nicht ganz nachvollziehen. Dünnes Papier heißt nicht, dass es schlecht ist. Ich weiß, die meisten Leute sind mittlerweile gewohnt, dass sie Kartons haben oder fast schon Kartonage in den Seiten. Hier bei Fairytale ist es zum Beispiel auch wesentlich dicker. Und das ist natürlich in Ordnung, das ist klar. Aber früher waren Bücher alle so, mit wertigem, dünneren Papier. Also für Freunde von Stephen King, für Freunde von Es ist dieser Schuber von Heine wirklich hervorragend. Und ich kann nur hoffen, dass dem ganzen Projekt so viel Erfolg beschieden ist, dass da noch weitere Dinge folgen werden. Entweder von Stephen King oder von anderen großen Autoren, weil das macht die ganze Sache kaufens- und sammelens- und lesenswert. Und wie gesagt, ich habe vorhin Fester und Buchheim erwähnt. Die machen das ja schon seit Jahren. Und es zeigt sich eben, weil sich der Buchmarkt ja sowieso gerade verändert, der Mainstream verliert Leser, beziehungsweise im Mainstream verlieren die Verlage Leser. Und wie kann man die Fans, die treuen Fans sozusagen auffordern, ihre Sammlung weiter aufzustocken. Es sollte natürlich im Regal gut ausschauen. Die Buchrücken sollten gut ausschauen. Es sollten wertige Ausgaben sein. Und von manchen Sachen eben dann limitierte Spezialeditionen wie die hier. Langes Vorwort. Ich wollte euch eigentlich den Podcast, den ich am 21. Dezember zum Geburtstag von Stephen King im Fantasticon angeboten habe, auch hier anbieten. Das wird eine einmalige Sache sein, beziehungsweise ob es jetzt wirklich einmalig ist, das weiß ich auch nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall nicht oft machen. Und wenn euch das gefällt, dann liked dieses Video und abonniert. Weil wie gesagt, wenn ihr Kommentare abgebt oder irgendwie signalisiert, dass euch das, was hier geboten wird, gefällt, dann kann ich das natürlich öfter machen. Im Moment sind wir, ich habe mir mal so gedacht, ich mache zehn Videos, bis ich mich entscheide, ob das ganze Projekt für mich überhaupt Sinn hat. Weil das ist ja auch immer Arbeit. Und ich bin mit dem Podcast ja schon ganz gut beschäftigt. Aber wenn ich sehen sollte, dass da ein Interesse besteht an einem, ich will es nicht Buchblog nennen, obwohl es natürlich, oder Booktube, obwohl es natürlich Tube über Bücher ist. Im Endeffekt ist es ein Booktube-Kanal, aber ein bisschen anders aufgezogen, als ihr das vielleicht kennt. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt jetzt der Podcast-Beitrag zu Stephen Kings 75. Geburtstag. Ihr habt euch wohl. Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten. Heute feiern wir Geburtstag. Stephen King wird 75 Jahre alt. Seit Carrie, seinem ersten Roman, stellt Stephen King eine Gewissheit auf, die ihn durch sein gesamtes Werk begleiten wird. Wahrer Horror ist in der Realität verankert. Das Übernatürliche, Telekinese, das Monströse, das Unheimliche, das Außerirdische, fungiert oft als eine Art Ruhepol in einer stets klaustrophobischen Handlung. Der wahre Horror erscheint dann in Form von Alkoholismus, häuslicher Gewalt, Ehrgeiz, Obsessionen, Trauer und religiösem Fanatismus. Von Anfang an hatte es King darauf angelegt, den großen amerikanischen Roman zu schreiben. Das ist der Traum eines jeden Schriftstellers seit dem 19. Jahrhundert. Daran versuchten sich Autoren wie Philip Roth, Ernest Hemingway oder William Faulkner und natürlich viele mehr. Aber es ist Stephen King, der dieses ehrgeizige Ziel wirklich erreicht hat. Der Grund ist relativ simpel. Der Horror ist das Genre, das alles Tun der Menschheit am besten erklärt. In Kings Romanen finden wir das Grauen auf die schrecklichste Art und Weise dargestellt. Es sind jene Dinge, die ihn selbst erschrecken. Betrachtet man das von der Basis seiner Autorenschaft her, macht ihn das zum interessantesten Autor überhaupt. Nehmen wir als Vergleich Mary Shelley, die mit ihrem Frankenstein-Roman den eigentlichen Horrorboom auslöste. Sie spricht da über den Schrecken jener Zeit, über den Fortschritt der Wissenschaft. Aber das Erschreckende in diesem Roman ist nicht das grüne Monster, das im Billigkino über die Leinwand flimmerte, sondern das, was mit den Menschen geschieht. Und genau das tut Stephen King in seinem Werk, in dem er selbst auch immer präsent ist. Wenn er über Schriftsteller mit Alkoholproblemen schreibt, erkennt man immer den großen Erzähler aus Maine, in vielen seiner Geschichten. In Misery gibt es einen Bestseller-Autor und einen fanatischen Fan, eine ehemalige Krankenschwester, die ihn entführt. Es gibt häufig eine King-ähnliche Figur in seinen Romanen. Er schrieb einen sehr schönen Roman mit dem Titel Lyssey's Story zu Deutsch Love, in dem wir lesen, was mit der Witwe eines Horrorschriftstellers passieren kann. Diese Witwe ist natürlich Tabitha, seine Frau, jemand, der in seinem Werk ebenfalls sehr präsent ist. Merkwürdigerweise wird King nach wie vor von Leuten in die Horrorschublade gesteckt, die sehr wenig von Literatur verstehen und wahrscheinlich noch weniger von King selbst. Bedenkt man, dass Caesar Aira, also jemand, der immer wieder für den Nobelpreis nominiert ist, King ins Argentinische Spanisch übersetzt hat, wird diese Kluft erstaunlich offenbar. King baut mit jedem einzelnen Roman an einem Kanon. Das gelingt ihm, weil er nicht nur ein großer Schriftsteller, sondern auch ein großer Leser ist. Ein Kulturkonsument. Er interessiert sich für Serien, Filme und Musik und referiert fleißig auf diese Dinge. Er macht Musik, spricht über Musik und bezieht Musik auf sehr interessante Weise in seine Erzählungen ein. Viele seiner Geschichten drehen sich um das Erwachsenwerden. Es gibt eine Geschichte, die später verfilmt wurde und an die wir uns alle erinnern. Stand by Me. Das ist ein Initiationsfilm, in dem es um eine Gruppe von Jungen geht, die sich auf ein Abenteuer begeben, um die Leiche eines Toten zu suchen. Diese Geschichte heißt natürlich Die Leiche und darin geht es auch um eine andere, introspektive Reise. Erzählt wird sie von einem erwachsenen Schriftsteller, der sich an den Moment des Erwachsenwerdens erinnert. Im Grunde geht es um die Traurigkeit, die Unschuld zu verlieren. Stephen King ist heute 75 Jahre alt geworden und wie jeder große Geist immer noch ein Kind. In vielen seiner Bücher sind Kinder die wahren Protagonisten. Der Fantastikon-Podcast widmet sich auch in Zukunft dem Gesamtwerk, beginnend bei Carrie, einem Roman, der über Mobbing spricht, lange bevor Mobbing überhaupt auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Über religiösen Fanatismus in der Figur der Mutter, über Ignoranz und darüber, wie man aus der Norm ausbricht, die Gewalt gegenüber demjenigen erzeugt, der sich outet, der aber später so erzählt wird, als wäre das Opfer die eigentliche Gewalttätige. Alles begann 1974 mit Carrie und es ist ein unglaublicher Roman mit Rekonstruktionen von Zeitungen, Nachrichten, Fragmenten von Gerichtsakten und Tagebüchern. Das Erschreckende an dem Roman ist nicht das telepathische Mädchen, sondern alles, was sie diesem armen Mädchen antun. Der Roman macht uns mit der Gewissheit vertraut, dass wir alle irgendwann für andere das Monster sind. Darum geht es in Kings Werken. Ich gratuliere dem King aufs Herzlichste und in jahrelanger Verbundenheit. Das war's für heute. Wenn ihr die Artikel für diesen Podcast nachlesen wollt, dann besucht die Seite www.veranda.michaelpercampus.net Dort gibt es noch weitere Podcasts und noch weitere Artikel zu diesem und zu anderen Themen. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Gehabt euch wohl! Musik 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 Musik